Wenn man komplexe Themen in unserer heutigen Gesellschaft angeht, gibt es einfach zu wenige Räume, die sich den verschiedenen Problematiken bewusst stellen. Und wir haben gemerkt über all die Jahre hinweg, dass ganz viele Leute verbrennen, aber ganz wenige Räume, die wirklich in die Tiefe gehen, vorhanden sind, um dort, was wirklich wehtun, hinzuschauen und dann von dort aus auch langfristige Lösungsansätze kreieren und zusammenzugestalten. Und Social Lab ist ein Format und Catalyst Lab ist die Unterstützung zu Leuten, die eh schon in ihrem Bereich ganz tolle Sachen machen, zu unterstützen, mehr ins Raum zu gestalten, hineinzuwachsen und diese Fähigkeiten in ihrem Kontext anwenden können.